Ich möchte mich herzlich bedanken für das ganze Ort Hostietin, das kleine Ort mit 250 Leute an der Grenze zwischen Meeren und Slowakei in den schönen weißen Karpaten und auch für die alle, die den guten Klimaschutzprojekten helfen. Das sind Leute von meiner Gruppe, der Naturschutzverband Veronika, die auch in Hostietin und in Brno, in Brün arbeiten und auch für die alle Mitarbeiter, internationale Partner von Projekten, auch von der tschechischen Administration, von der Bezirksadministration. Wir arbeiten sehr viel mit Leuten aus Österreich, aus Holland, Luxemburg und wir machen diese Sachen sicher nicht für Preise zu bekommen, aber wenn man so einen Preis bekommt, das unterstützt sehr viel für die weitere Arbeit, die wichtig ist und wir wissen, unsere Aufgabe ist vor allem die Leute, die noch nichts gemacht haben, die Gemeinden zu unterstützen, aber wir müssen sagen, wir brauchen die Unterstützung auch. Danke vielmals.